Hallo, mein Name ist Dennis Hofreinz, Seltsingenieur der Vital GbH. Heute möchte ich zeigen, wie einfach es ist, mit Papnik-Geräten eine ausfallfreie Standortvernetzung zu bekommen. In unserem Testaufbau haben wir auf der linken Seite einen Max HD4, auf der rechten Seite ebenso einen HD4. Beide sind mit jeweils zwei Leitungen am Internet angebunden. Wir simulieren mit den unterschiedlichen Kabelfarben auch zwei Provider. An der linken Seite hängt der Notebook, an der rechten Seite hängt der Notebook, dazwischen ist ein VPN-Tunnel aufgebaut und in der Mitte können wir den Status des VPN-Tunnels sehen. Was passiert nun, wenn wir Kabel ziehen? Schauen wir uns das im Detail an. Auf dem rechten PC, welcher als Server fungiert, haben wir nun eine Videokonferenz aufgebaut, sprich, wir haben von dem linken Computer eine Verbindung auf den rechten und wir sehen nun eins zu eins dasselbe Bild. Starten wir ein Video, um zu sehen, was passiert, wenn wir ausstecken oder wenn ein Kabel ausfällt. In der Mitte, man kann es jetzt auch lesen, sehen wir die Starte der Leitungen. Wir starten das Video. Wir simulieren nun einen Ausfall des Kabels hier. Wir sehen, hier ist etwas ausgefallen. Die Verbindung läuft weiter. Wir stecken das Ganze zurück. Die Leitung wird in Stand gesetzt. Es dauert kurz und es ist wieder verfügbar. Wir können ebenso die andere Seite abstecken. Sehen wir hier den Ausfall. Kabel wird in Stand gesetzt. Es funktioniert. Wir können natürlich auch auf der anderen Seite einen Ausfall simulieren. Sehen wir auch hier passiert es. Das weiße Kabel ist ausgesteckt. Stecken wir das weiße Kabel hier auch ab. Könnte ein Provider ausgefallen sein. Und wir sehen im Hintergrund, das Video läuft immer noch ruckelfrei. Sobald das in Stand gesetzt wird, geht es weiter. Wir starten das Video erneut. Nun simulieren wir einen kompletten Ausfall aller Kabel. Dann wird das Bild stehen bleiben. Das heißt, wir sehen auch, es ist kein Fake. Hier, das Bild fällt aus. Wie wir in diesem Test gesehen haben, können Leitungen ausfallen, wie sie wollen. Die Verbindung bleibt zwischen den beiden Standorten immer bestehen. Außer natürlich, es fallen beide Leitungen aus. Dies kann zum Beispiel auftreten, wenn die Gebäude nur über eine Kabelzuführung versorgt wird. Bei Baggerarbeiten ist es dann sehr wahrscheinlich, dass wenn ein Kabel aufgetroffen wird, dass beide Kabel beschädigt werden und somit ihr Standort langgelegt ist. Um dieses abzufangen, können wir die Geräte auch mit SIM-Karten versorgen und so einen Backup über LTE gewährleisten. Das sehen wir in einem anderen Video. Sollten Sie Fragen haben und wir Ihnen helfen können, Ihr Unternehmen ausfallfrei anzubinden, dann bitte scheuen Sie sich nicht, kontaktieren Sie uns. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.